Das heißt, jetzt geht es um keinen Überlebenden. Was habe ich für einen Roll? Weiter Lauf, Leichtmagazin, Überschuss, Target Lock. Keine Ahnung, was das macht. Mass Effect Handling, also von der Range her 64 bin ich fast bei Max Range. Es fehlt nur Mass Effect Reichweite für die maximale Range. Und halt Mesurer logischerweise, ich bin extrem gespannt auf wie das performen wird. Noch null Kills drauf, perfekt, Rabai. Ich habe richtig Bock drauf. Mein Spezial Immortal, den darfst du nicht vergessen. Die kann richtig, richtig nice sein oder richtig belastend. Ich bin gespannt. Javelin, eine Map, die ich mag. Finde ich gut. Es tut mir fast leid. Oh, wir machen es auch noch, aber trotzdem, alles gut. Ganz hinten. Alter. Nein. Links von mir, ich habe es selbst gesehen. Ah, daneben, die Shotgun. Oh, das wird so eine Spiegel werden können. Die spawnen da alle. Frechheit. Ich weiß nicht, bis jetzt muss ich sagen, ich bin kacke. Bis jetzt muss ich sagen, das Schussgeräusch von ihr mag ich lieber als von Immortal. Es hört sich so gedimmt an, so irgendwie cleaner. Ich kann es nicht beschreiben. Ich mag das Geräusch. Nein, hast du nicht. Nein, hast du nicht. Alter, ich bin auf dem Weg. Ich will meine Rache. Ich habe meine Rache. Ich bin zufrieden. Warte, ich habe da ein fixer Zug drin. Sind jetzt alle wieder vor C. Wieder ranzukommen wird ein bisschen schwieriger. Es ist dasselbe du wieder. Oh, was mache ich jetzt? Nated. Oh, das ist eine gute Idee. Er hat ihn direkt. Bin auf dem Weg, Team. Hab ich. Oh, Meere ist untertrieben. Meere ist untertrieben. Das Team. Let's go. Ich mag das Ding. Oh nein. Nicht gedacht, dass er wirklich mehr Hilfe im Schießen. Na, mein Wuschen will nicht aufhören. Die Nade ist oben, ja. Ich packe mich zuerst. Hinter mir. Mehr als einer. Jetzt noch einer mit einem Automatikgewehr. Ich möchte mich zuerst wegziehen. Erianos. Okay, wait. Da sind drei hier hinten. Die dumm zu pushen und rein gar nichts bringen. Aus meinem Team lenkt die ab. Ich will halt Primarykill. Oh, ich war so offen. Habe ich nicht erkannt, weil das so ein riesen Fett ist, ihr habt gewonnen drin war. Ich habe nicht mit fünf Leuten gerechnet, oh zum Glück ist vorbei, alles gut, oh mein Gott. 19 Kills, 4, 7, 5er Rabe, Witz an Skillfest nach dem Video, lieben. Witz lieben, haha, das wird so schief, du hast keinen Fastball drin Kuppi, ah, Warmask, noch in der unten, kommt gleich hoch, oder? Gut, ist mit dem schon vorbei, schlecht sind noch viele andere, ja, danke, wieder zwei, dann ist rechts, noch einer, noch einer, nein, ich hätte rechts ganz leidend, ich dachte er kommt auch vor, hätte ich gewusst, dass stehen bleibt, wäre rechts das Smarteste gewesen. Und wieder zwei. Ich habe den ersten nicht! Habe ich so ein Group mich mal genäht auf dem Kopf? Alles Team! Hinten ist einer, links ist einer, gelogen, links sind zwei. Oh, nochmal hinter mir und vor mir, vor mir hat er perfekt, nachgeladen. Also hier ist wieder, von denen ist es drei Foden. Die sind ganz leidend und ich hab' schon�nend, ich hab' ich schief, nachgeladen, jetzt Also hier im ersten 3'O-Romm-Jerry, in diesem 3', irgendwie noch, also in diesem 3'O-Romm-Jerry, Er hat eine Heal-Nate bekommen Dankeschön, ich habe nichts mehr gesehen Ich muss irgendwie davor kommen, ich weiß nicht genau wie, ohne drauf zu gehen, wohlgemerkt Und zwar einen habe ich, den nach links Ein bisschen abgelenkt sein, es hat nicht nachgeladen, Seth Nein, ich habe noch einen Melee, noch mal ein bisschen, wieder 4, das kann ich da sein, ich muss aufhören, Spawn-Renzelaufen Ich war ja komplett auf, holy moly Ich war nicht mehr Wieder so viele hinten wahrscheinlich, oder? Okay, Dev ist da vorne, das heißt, ich kann mit rein, richtig Perfekt Und dann hier vorne Nein Wenn der stirbt, ich kann nämlich um die anderen beiden holen Ich hätte ihn doch erst finishen sollen, meine Idee war nicht zu finishen, damit ich es überlebe Aber genau das war der Fehler Finish zuerst wäre die bessere Idee gewesen Ich dachte, der ist im Korne Sehr viele richtig Das soll ich erst recht gar nicht versuchen Ja, ich wiederhole meine Aussage gerne Ja, okay, ist gut Ich muss irgendwann hier rankommen Ich wollte gerade schreien, perfekt, muss ich nicht Vielleicht doch Okay 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 Noch einer Noch einer vor mir Okay, ich bin raus, alles gut Frage ist, wollen die mir näher oder nicht Oh, sieh noch mehr Find ich nett, dass du kommst Noch einer Ja, ich hab die Ultime gehört Okay, die Ultime hat gar keinen Bock mehr Die wurde eingefroren und statt in der Grütze drin Finde ich gut Der nimmt die Saun schon ein Nein, das ist schade Der leckt ein bisschen Äh, helfen wir Okay Nicht hinterfragen Oh, nicht in den Spawn laufen Ja Die haben viel Range, oder? Da komm ich nicht Oh Gott Ist noch mehr, ist noch viel mehr Den müssen auch einer Oh, Melee Melee, bitte Musst noch alle sein Aber theoretisch Gut Das war so ein komischer Hunter Alles auf dem Range Der Heavy Oh Gott Nein Ich darf nicht weiter schießen Ey, das Ding macht so viel Spaß Ne Das fühlt sich übertrieben nice an Ich weiß nicht, was es mit dem Ding ist Aber es fühlt sich nicer als die Immortal Irgendwie Viel stabiler Ich weiß nicht, wie es erklären soll Ja gut, ich hab auch hier Ding drauf Ne Surplus Dass es mir stabil Mehr Handling Mehr Ding gibt Könnte daran liegen Maybe Vielleicht Aber es fühlt sich mega nice an Ich weiß nicht, wie es Ich weiß nicht, wie es Ich weiß nicht, wie es